In diesem Video schauen wir uns nochmal den Omi-Token und ein mögliches Bit-Get-Listing genauer an. Außerdem schauen wir uns die nächsten Comic-Drops an, sowie auch nochmal ganz spezifisch den Robocop-Drop, wo man auch ja etwas craften kann, was eine unfassbar coole Idee ist. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten würde ich an dieser Stelle auch sehr gerne jetzt mit dem Thema Omi-Token nochmal, denn ich habe ja ein letztes Video gemacht, wo ich auch mal den Omi-Kurs analysiert habe, sowie wir auch die Frage uns gestellt haben, sehen wir als nächstes eine neue Börse. Und das tatsächlich auch schon relativ bald. Und dazu gab es jetzt unter anderem auch nochmal Tweets, zum Beispiel von Vivimeister, wo auch zum Beispiel Bit-Get drauf geantwortet hat. Und sie schreiben hier, dass es bis jetzt noch keine Neuigkeiten bezüglich eines Omi-Listings auf Bit-Get gibt. Aber wir sollen auf jeden Fall warten, bis das Ganze auch wirklich offiziell announced ist. Und dementsprechend finde ich persönlich, ist das schon eine faste Bejahung eigentlich dafür, dass wir hier ein Bit-Get-Listing sehen werden. Denn sie verneinen nicht hier, dass Omi gelistet werden soll. Von daher, für mich klingt das auf jeden Fall sehr danach, dass wir hier auf jeden Fall ja im Prinzip erstmal noch abwarten müssen, bis das Ganze dann wirklich auf jeden Fall gelistet wird. Aber für mich scheint das Ganze hier auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu sein. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal als Kontext hier zum Beispiel auf CoinGecko anschauen, wo denn eigentlich Bit-Get momentan hier platziert ist, dann sind sie momentan auf Platz 13. Das Ganze hat meiner Meinung nach aber tatsächlich gar nicht mal so viel zu sagen. Bit-Get ist meiner Meinung nach mit einer der besten Exchanges, wo ihr sozusagen Token kaufen könnt oder auch sozusagen verkaufen könnt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch sehr gerne über meinen Raffle-Link unten in der Videobeschreibung machen. Darüber spart ihr dann auch nochmal ein bisschen bei den Transaktions-Fees. Plus ihr unterstützt mich und dementsprechend, ich finde es auf jeden Fall eine super Börse und habe mich auch ganz bewusst für diese Börse eigentlich entschieden, weil sie alles sehr, sehr transparent darstellen. Auch mit der Nachverfolgung, wo denn eigentlich eure Crypto-Assets liegen. Von daher, natürlich die generelle Empfehlung, lagert nie eure Coins auf Exchanges. Aber für mich ist das zum Beispiel für das On- und Off-Ramp auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und sollte hier wirklich dann oben hier auch gelistet werden, was meiner Meinung nach eigentlich schon relativ absehbar ist nach dem Kommentar hier auf jeden Fall von Bit-Get. Dass das auf jeden Fall meine Hauptbörse sein wird, wo ich dann auf jeden Fall auch handeln werde, was das Thema OMI angeht. Und wenn ihr das natürlich auch machen wollt, ihr könnt euch wie gesagt gerne unten in der Videobeschreibung über meinen Link registrieren und anmelden und darüber dann auch noch auf jeden Fall ein wenig an den Transaktions-Fees sparen und natürlich auch noch mich unterstützen. Ich wäre auf jeden Fall euch da sehr dankbar. Und was den OMI-Kurs selbst angeht, dafür habe ich momentan auf jeden Fall zwei Szenarien einmal für euch vorbereitet, die ich persönlich für relativ wahrscheinlich halte. Das erste Szenario ist, wir treffen hier auf diese orange markierte Support, sammeln uns dort wieder und eventuell, wie gesagt, mit einem möglichen Bit-Get-Listing, was kommen könnte, laut Bit-Get jedenfalls, dann könnten wir uns auf jeden Fall hier hochrangeln. Das kann aber natürlich auch sein, dass das mit dem Bit-Get-Listing jetzt nicht in zwei, drei Tagen passiert, sondern auch erst vielleicht im nächsten Monat oder erst in zwei Monaten. Von daher kann man das jetzt auch nicht ganz hier mit in die Prognose mit einbeziehen, da es ja einfach sehr ungewiss ist. Nichtsdestotrotz sind auf jeden Fall diese Bereiche hier sehr, sehr interessant, da sie auch in Vergangenheit ein wichtiger Support waren, beziehungsweise auch eine wichtige Resistance hier in diesem Bereich. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir entweder hier uns fangen werden und von dort aus wieder über die orange Resistance uns arbeiten werden. Sollte das passieren, bin ich auf jeden Fall wieder sehr positiv gestimmt. Ansonsten würde ich auch den Preis hier unten nochmal sehen, tatsächlich bei 8,0. Das wäre natürlich schon ein ordentlicher Ziefstand, sollte aber tatsächlich der letzte Stopp nach unten gewesen sein, bevor es dann hoffentlich weiter nach oben geht. Das Ganze ist natürlich aber nur meine Prognose. Es kann auch sein, dass ich damit völlig falsch klicke. Deswegen unbedingt hier auf jeden Fall selber nochmal Research betreiben, eigenverantwortlich mit eurem Geld umgehen, denn das sind hier keine finanziellen Ratschläge, sondern einfach nur meine Meinung zum aktuellen Kursgeschehen. Und zwar jetzt geht es zum Robocop NFT Drop und hier muss ich wirklich sagen, das zeigt einfach, wie viel Potenzial auch beim Thema Craften da ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze hier einfach mal an. Das ist eine Jetpack Edition im Prinzip, die man hier bekommen kann, womit man dann im Prinzip hier einen Robocop plus das Jetpack im Prinzip craften kann. Finde ich eine mega coole Idee, ist sogar animiert plus Sound. Also eine klasse Idee, muss man wirklich sagen. Das Ganze wird hier am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Ganze wird hier eine Ultra sein, einen Listenpreis von 40 Gems haben und eine Editionzahl genauso wie auch der Robocop von 1987 Stück. Das Ganze ist natürlich auch eine First Edition. Das Ganze hier auch ganz klar natürlich mit der Besonderheit, ihr müsst natürlich auch den Robocop besitzen, ansonsten könnt ihr das natürlich logischerweise nicht zusammen craften. Das Ganze hier wird tatsächlich keinen Crafting Preis haben. Das Ganze wird dann insgesamt hier auf jeden Fall bis zum 25. April um 17.00 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein zu craften und die Unredeemed Collectibles werden dann hier geburned. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und ich bin auf jeden Fall gespannt, wer das Ganze von euch machen wird. Schreibt es mir auch sehr gerne unten in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Marvel Comic Drop und dieser ist nämlich Journey into Mystery Hashtag 99 aus dem Jahre 1959 und das Ganze hier am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Wir sehen hier außerdem die First Appearance of Mr. Hyde und das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Für mich persönlich auf jeden Fall jetzt auch keine krassen oder interessanten Exklusiv-Cover mit dabei und auch wenn man sich hier die Daten auf Go Collect anschaut, dann sieht man doch relativ schnell, dass wir es auf jeden Fall hier nicht mit einem krassen Comic zu tun haben. Eine 9.4, insgesamt 12 Editions, gerade mal 1150 Dollar und auch eine 9.2 ist schon relativ billig, muss man sagen und insgesamt ja auch die Lowen Editions kriegt man schon relativ günstig. Deswegen für mich persönlich auf jeden Fall kein Job, den ich mitnehmen werde und ja nicht nur wegen dem Comicpreis, sondern auch tatsächlich wegen den Covern, weil mir die jetzt einmal nicht wirklich gefallen. Kommen wir noch zu einem weiteren Comicjob und zwar nämlich am Mittwoch, am 28. Februar um 17.00 Uhr deutscher Zeit und hier sehen wir ein weiteres Disney-Comic und zwar nämlich Uncle Scrooge My First Million und das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Das Ganze natürlich wie immer im Blindbox-Format. Für mich auch hier tatsächlich sehr uninteressant, da man auf jeden Fall bei den letzten Comics gesehen hat, dass die alle unter Droppreis gegangen sind. Natürlich kann man hier die Rare vielleicht günstig mitnehmen und ich denke, das werde ich auch machen, um hier einfach nochmal drei MCP-Punkte dazu zu bekommen. Aber das auf jeden Fall nur dazu. Schreibt mir auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, ob ihr diesen Drop mitnehmen würdet oder nicht. Und ansonsten war es das jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend und bis dann, dein Captain. Ciao, ciao.